Ja, geh erstmal. Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in Kobis Welt und zu einem neuen Video von uns. Wir haben ja vor zwei Wochen unser Best of Kobis Welt hochgeladen. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir dachten, dass wir jetzt ein Best of Outtakes 2020 hochladen. Mal gucken, wie euch das gefällt. Also wir haben Tränen gelacht, als wir das geguckt haben. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt was Nettes in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, viel Spaß! Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in Kobis Welt und zu einem neuen Video von... Hallihallo, herzlich willkommen! Du willst doch mit drauf. Du willst das! Woher auf ihr... Das stehe ich absolut rein. Ich glaube, ich mache mal einen großen Ausflug. Nein! Wieso filmst du eigentlich auf 50p? Wahrscheinlich nicht. Das ist bei euch nicht mehr ein Loch. Ach, das ist irgendwas nass gewesen. Das war bestimmt ein Penis. Oh, habe ich mir gerade jetzt gefilmt? Ich weiß es gar nicht. Nee, ein paar Zehnschläge weg. Oho! Ne? Schreibt uns mal gerne, wie ihr an euren Hund... In die Kommentare. Schreibt uns mal gerne in den Kommentaren, wie ihr... In die Kommentare. Schreibt... Oh mein Gott, das nervt so. Was ist denn Löt? Ich kriege das nicht hin. Ach man, jetzt bin ich schon wieder raus. Und wir kaufen da immer unterschiedliche, manchmal so längliche Sachen. Also so länger... Läng... Läng... Längerige? Also so leckerlich, die so längerig sind. Längerig? Ach so, warte, bevor wir es aufmachen. Was ist denn? Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Ich fühle dich. Oh man. Das ist halt einfach so ein lebensfrohes, lebensfrohes Leben. Also... Na gut, nochmal. Jetzt gehe ich schon wieder zu sehr ein. Also ja, jetzt stopp. Ja, jetzt stopp. Du brauchst mir nicht mit fünf Informationen wieder vorbei, dann vergesse ich wieder die Hälfte. Hilf mir. Ja, pass. Was habe ich gesagt? Kannst du dich mal entscheiden? Ist das der Vermieter? Ja. Wenn er das vorbe... Also es geht doch manchmal halt ein bisschen... Ja. Ja, das tut langsam ein bisschen weh, geht mal weg. Hey, schau dich in die Kamera, sag mal. Tja. Oh Gott. Hallo? Ich riege gerade mit dir, Kobi. Hallo. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ach, ich hasse das. Das sind die Schnüffelspiele. Da haben wir zu... Ich habe voll gespuckt. Das können wir nicht nehmen. So, die ersten Spiele, die wir vor euch haben, sind die Spiele Schnüffelspielen. Ja, mach das Feld kaputt. Kobi, ich muss jetzt hier mal das Video-Zähne drehen. Hallo. Schieb dich mal wie weg. Kobi. Kobi. Nein. Kobi, hör auf zu schlecken. Kobi. Daddy, bleib hier. Sonst guckt er wieder doof. Nein, nein. Kobi, was machst du denn da? Oh, jetzt geht er ins Körbchen. Und habe ich zu viel versprochen. Also wir haben tatsächlich Tränen gelacht. Also so könnt ihr mal sehen, wie es eigentlich hinter den Kulissen manchmal so zu sich geht. Und ja, wenn ihr nochmal so ein Video sehen wollt oder wie ihr das Video fandet, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.